Es ist ein schöner Bahnhof. Hast du ein Aquarium? Ich mag Restaurants. Ich bin stolz. Bist du eine Schauspielerin? Bist du eine Schauspielerin? Es ist eine großartige Ausstellung. Es ist eine großartige Ausstellung. Du hast einen Hund? Du hast einen Hund? Ich mag Bibliotheken. Ich mag Bibliotheken. Ich bin genervt. Ich bin genervt. Bist du Informatiker? Bist du Informatiker? Bist du Informatiker? Du hast eine Katze? Bist du Informatiker? Ich mag Konzerte. Ich mag Konzerte. Ich bin bitter. Ich bin bitter. Sind Sie ein Sportler? Sind Sie ein Sportler? Es ist ein schöner Spaziergang. Es ist ein schöner Spaziergang. Haben Sie ein Elektroauto? Haben Sie ein Elektroauto? Ich mag Feste. Ich mag Feste. Ich bin gleichgültig. Ich bin gleichgültig. Sind Sie Forscher? Das Wetter ist gut. Das Wetter ist gut. Bis morgen? Bis morgen? Bis morgen? Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Sie haben eine Idee? Sie haben eine Idee? Es ist mein Geburtstag. Es ist mein Geburtstag. Du möchtest ausgehen? Du möchtest ausgehen? Es ist ein gutes Restaurant. Es ist ein gutes Restaurant. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit zu gehen? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Draußen regnet es. Draußen regnet es. Hast du eine Minute? Hast du eine Minute? Das ist mein Lieblingsessen. Das ist mein Lieblingsessen. Das ist mein Lieblingsessen. Ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag. Haben Sie Neuigkeiten? Haben Sie Neuigkeiten? Du willst mir helfen? Du willst mir helfen? Ich habe einen Notfall. Ich habe einen Notfall. Hier sind Menschen. Hier sind Menschen. Haben Sie einen Vorschlag? Haben Sie einen Vorschlag? Das sind schlechte Nachrichten. Das sind schlechte Nachrichten. Willst du ein Spiel spielen? Willst du ein Spiel spielen? Hast du ein Verlangen? Verlangen? Hast du ein Verlangen? Es ist eine schlechte Idee. Es ist eine schlechte Idee. Ich bin unter der Dusche. Ich bin unter der Dusche. Ich habe eine Vorliebe. Ich habe eine Vorliebe. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Ich habe ihre chuckle bei mir. Hast du eine schlechte Perspektive75? Hast du irgendeinen Ratschlag? Ich bin unter der Dusche. Es ist eine schwierige Situation. Es ist eine schwierige Situation. Es ist eine schwierige Situation. Willst du einen Film sehen? Willst du einen Film sehen? Ich habe eine Erwartung Ich habe eine Erwartung